Marcel Schmitz nach einem sehr ereignisreichen und sehr unterhaltsamen 0 zu 0 gegen den FSV Frankfurt. Der Trainer hat euch gleich in die Kabine geholt nach der Ehrenrunde. Was hat er euch in der Kabine gesagt und wie war die Stimmung in der Kabine? Ja gut, ich sage es so, es waren in der Kabine. Die bleiben auch dort, deshalb machen wir es auch in der Kabine. Dass wir einfach generell als Team, egal ob auf dem Platz oder dem Platz, zusammenstehen. Ich denke, so eine leichte Unzufriedenheit ist vielleicht da. Wir hätten gerne das Spiel gewonnen, das wäre auch möglich gewesen. Der Gegner hatte am Ende auch vielleicht die eine oder andere Chance, dass wir vielleicht einen Ticken besser verteidigen können, müssen. Aber unterm Strich denke ich, überwiegt die Enttäuschung doch ein bisschen. Weil ich denke, wir hatten die besseren Chancen und hätten gerne nach dem Unentschieden letzte Woche in Baling, heute hier vor dem Publikum einfach wieder einen Sieg geholt. Die rote Karte, du warst ja nicht weit weg. Wie weit hat die rote Karte das Spiel verändert? Ja, die waren natürlich schon einen kurzen Schock. Ich fand, Kalla war sehr gut im Spiel, hat es gut gemacht, hat seine Chance jetzt bekommen. Umso bitterer, dass er dann schon in der ersten Halbzeit runter muss. Ja, wie gesagt, hat ein gutes Spiel gemacht. Klar, das ändert dann schon was, weil der Gegner dann eigentlich in Ein- und Überzahl ist. Zum Glück für uns sage ich, dass dann eigentlich relativ zeitnah danach, dann noch vor der Halbzeit, die Gleichzahl wieder da war. Ja, dann war es einfach ein sehr intensives Spiel mit viel Intensität, dass vielleicht am Ende mit Glück und Pech auf jede Seite fallen kann. Und ja, wir müssen weitermachen und werden auch weitermachen und wir stehen wieder auf. Vielen Dank, mach ich mit. Gerne. Auf die Blau. Auf die Blau. Damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 13. Spieltag in der Regionalliga Südwest zwischen den Stuttgarter Kickers und dem FSV Frankfurt. Endstand vor 4.480 Zuschauern hier im Gazi-Stadion 0 zu 0. Ich begrüße ganz recht herzlich alle Gäste oben in der Spielbank Business Lounge, alle Presse- und Medienvertreter und Gäste hier im Pressebereich. Und natürlich ganz recht herzlich beide Trainer, Gäste-Coach Tim Görner und Kickers-Trainer Mustafa Ünal. Wie immer hat der Gast zuerst das Wort 0 zu 0 der umkämpften Sorte. Wie fällt Ihr Fazit aus? Ja, insgesamt muss ich meiner Mannschaft ein großes Lob aussprechen. Wir befinden uns jetzt gerade nicht in der allereinfachsten Situation. Wir haben jetzt die letzten beiden Spiele verloren gehabt und kommen dann hierher zu einer Mannschaft, die aktuell sehr, sehr gut drauf ist, sehr viel Potenzial hat, hier zu Hause noch ungeschlagen ist, mit der Kulisse auch noch im Rücken, wussten wir, dass es nicht einfach wird, hier zu bestehen. Ist uns jetzt glücklicherweise gelungen. Wir haben kämpferisch einen sehr, sehr guten Auftritt hingelegt über die komplette Spielzeit. Da waren wir sehr, sehr griffig. Natürlich musst Du da auch immer wieder 10 überstehen. Trotzdem hatten wir auch im Gegenzug auch in der Schlussphase immer wieder kleine Nadelstiche setzen können, die auch brandgefährlich waren. Ja, deswegen war das insgesamt ordentlich, ein sehr fleißiger Auftritt. Deswegen Lob an die Mannschaft, ein bisschen unnötig, dass wir es nicht im 11 gegen 11 zu Ende spielen, sondern im 10 gegen 10, muss ich sagen. Wurde, glaube ich, für beide Mannschaften dann ein bisschen erschwert. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen so, aber setze ich mal ein Fragezeichen dahinter. Ich mache jetzt auch meinem Spieler keinen Vorwurf, weil wir ja in dieser 11 gegen 10 Situation waren, was natürlich überragend für uns ist. Und dann ins 10 gegen 10, aber war für mich jetzt keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also mache ich meinem Spieler jetzt keinen Vorwurf, dass er da in der Situation so hingeht. Das hat das Spiel ein bisschen verändert, ein bisschen erschwert, aber für beide Parteien. Insgesamt nehmen wir den Punkt dann auch so mit, wie er ist. Danke euch weiterhin viel Erfolg. Tim, vielen herzlichen Dank. Die Trikots waren dreckig, das ist ein bisschen sinnbildlich für das ganze Spiel, oder? Ja, das lag an der Farbe. Erstmal hallo zusammen. Und ja, kann eigentlich nur so viel sagen, dass das Spiel für uns nicht optimal gestartet ist. Wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir reinkommen ins Spiel. Dann waren wir aber wirklich nach 20 Minuten super drin, haben den Gegner gut bespielt, haben Chancen rausgespielt. Der einzige Vorwurf ist, dass wir uns da nicht belohnen. Ja, das haben wir nicht geschafft in der ersten Halbzeit. Wir bekommen die rote Karte für ein Foulspiel. Ja, das ist immer eine Unterzahl. Dann will ich gerade alles, ja, wollen wir gerade das Spiel anpassen. Dann hat der Schiedsrichter angepasst mit der gelb-roten Karte. Ja, dann waren wir wieder im 10-10. Und ja, das hat dann schon was gemacht. Trotzdem, muss ich sagen, haben wir dann weitergespielt. Unheimlich, unheimlich viel Druck aufgebaut in der zweiten Halbzeit auch. Über außen sind viele Durchbrüche gehabt. Aber eben diese guten Gelegenheiten nicht genutzt. Der Gegner hat dann gewechselt hinten raus, bringt dann nochmal Gefahr und Qualität rein. Das haben wir gesehen. Wir haben es wirklich geschafft, zum größten Teil die Qualität wegzuhalten vom Tor. Ja, und ein, zwei Unachtsamkeiten von uns haben dann ja dem Gegner auch die Chance gegeben. Da sind wir sehr froh, dass wir das Tor nicht passieren. Aber trotzdem bin ich mir sicher, wenn wir, ja, wenn, wenn. Wenn wir aber das 1-0 machen, dann wird das ganze Spiel vermutlich auch anders laufen. Haben wir nicht gemacht. Haben es aber trotzdem geschafft, die 0 zu halten. Und daher müssen wir halt mit dem Punkt zufrieden sein. Es ist so, es war mehr drin. Aber man kann auch am Ende mit leeren Händen dastehen. Daher hat sich ja Frankfurt auch für diese kämpferische Leistung mit dem Punkt belohnt. Und wir, ja, gefühlt zwei verloren. Aber ich denke, dieser Punkt, mit dem müssen wir jetzt einfach erleben. Das passt so. Auch nach Frankfurt dann weiterhin alles Gute und eine gute Reste ist auf uns. Ich schaue in die Runde. Gibt es Fragen? Klaus-Hendrich für die BILD. Ja, Herr Unnal, wie sehr hat Ihnen Kalejcic gefehlt? Das war ja heute sein Spiel, sein erstes Spiel gewesen, wo wir in der Startformation waren, in einem Ligaspiel. Wie sehr hat er Ihnen gefehlt? Ich meine, er war ja da, hat am Anfang gespielt, hat es gut gemacht, ist immer wieder gut durchgebrochen. Und dann kriegt er die rote Karte. Ja, wir haben aber ganz viele Spieler, die dann trotzdem Tore schießen können. Also bisher haben wir auch, hat Kalejcic auch nicht jede Woche alle Tore gemacht. Daher, natürlich fehlt immer, jeder Spieler fehlt. Breik fehlt gerade auch. Jeder Spieler, der nicht zur Verfügung steht, fehlt uns. Und daher ist es ärgerlich für ihn, weil er wirklich super im Spiel drin war, muss ich sagen. War sehr präsent, sehr gut unterwegs. Und dann, ja, zieht man ihm da, oder zieht er sich den Stecker, das weiß ich nicht. Ich kann es jetzt auch nicht genau bewerten. Harte rote Karte, mir tut es leid für ihn am meisten. Ja, aber geht weiter, gehört dazu. Für euch geht es dann kommenden Samstag mit dem Heimspiel gegen allen weiter. Dafür viel Erfolg, natürlich auch eine gute Heimreise heute. Und ja, die Kickers dann am kommenden Samstag zu Hause auswärts quasi gegen den VfB 2. Darauf freuen wir uns natürlich alle schon, auch wenn der Kader dann ein bisschen dezimierter ausschaut. Und da hoffen wir natürlich, dass wir ganz viele im blauen Trikot hier sehen werden, im Gasi-Stadion auf der Waldau. Und bis dahin macht es noch gut auf die blaue und ein schönes Restwochenende. Danke. Danke. Danke.